So, Aufnahme gestartet. Hey Leute, schaut mal. Ich bin dran. Aber Mama hat mir das gekauft. Und? Gib das her. Du nimmst mir immer alles weg, weil ich es kann. Autsch. Mein Kopf. Meine Lampe. Alles nur wegen dir? Das war deine Schuld, du ruinierst immer alles. Wirf mich nicht ab. Nimm das. Wag es nicht. Bist du verrückt? Lass mein Haar in Ruhe. Weg von mir. Das war mein Lieblings-T-Shirt. Okay, verstanden. Kein Problem. Ich schicke den Vertrag direkt zu. Was für ein Tag. Guck mal, was Casey mit meiner Lampe gemacht hat. Und meinem T-Shirt. Mom, die Lampe ist kaputt. Ich kann keine TikToks mehr machen. Mein Vertrag, den kann ich so nicht schicken. Es reicht. Ruby, wie oft soll ich dir noch sagen, komm nicht ins Zimmer, wenn ich arbeite? Aber Mom. Was ist das, eine Lampe? Deine Probleme sind mir egal, Ruby. Ich verdiene Geld für euch. Raus hier, ich möchte nichts mehr davon hören. Meine Arbeit ruiniert. Was mache ich denn jetzt damit? Das ist nicht fair. Siehst du, du bist allen egal. Sogar Mom. Hör auf damit. Das ist die schlimmste Schwester der Welt. Warum muss die so gemein sein? Vielleicht sollte ich verschwinden. Damit würde ich allen einen Gefallen tun. Liebes Tagebuch. Ich bin allen egal. Meiner Schwester. Sogar meiner Mom. Oh, ich liebe dich auch. Muah, muah, muah. Küsschen. Kommst du da zu mir in 15 Minuten? Okay, Babe. Okay, bis dann. Mir wird ganz schlecht. Tschüssi. Ich muss perfekt aussehen. Ich muss mich fertig machen. Schnell. Ja, ich weiß. Ich brauche mein Make-up. Wo ist es? Nicht gut genug. Es muss irgendwo sein. Bestimmt hast du es. Du nimmst immer meine Sachen. Was willst du schon wieder? Wo ist mein Lieblings-Zippenstift? Mach die da. Okay. Diesmal vergebe ich dir. Ist das dein Tagebuch? Das muss echt wichtig sein. Du bist verliebt? Bitte nicht. Oh mein Gott. Wer ist es? Was? Was bedeutet das? Aber das ist mein Freund. Ist das dein Ernst? Glaubst du, er würde sich in dich verlieben? Du denkst echt wie lächerlich besonders. Vielleicht bin ich besser als du. Was? Was hast du gesagt? Vielleicht wird... Was? Ich bin hier die Älteste und ich bin diejenige mit einem Freund. Nicht du. Bleib auf deinem Zimmer und denk über dein Verhalten nach. Hey, warte. Was machst du da? Dich einschließen. Nein, nicht. Mach die Tür auf. Du kannst mich nicht einschließen. Keine Chance. Lass mich raus. Was willst du machen? Ich pack alle meine Sachen und gehe. Wart nur ab. Was macht sie da? Ich lass dich niemals raus. Es ist zu spät. Das ist nicht witzig. Ich hasse dich. Mach die Tür auf. Du bist selbst schuld. Du verdienst das. Du bist die schlimmste Schwester aller Zeiten. Ich wünschte, wir wären keine Schwestern. Ich gehe. Warum tust du mir das an? Warte. Ich höre nichts mehr. Hast du mich allein gelassen? Die Tür ist offen. Die ist so dämlich. Casey, was hast du hier gemacht? Ich muss hier raus. Vielleicht kann ich drüber klettern. Oh, das klappt nicht. Aha, hier komme ich durch. Geschafft. Ich bin viel klüger als Casey. Ruby, was ist hier los? Was soll das Chaos? Das war alles Casey. Sie hat mich eingeschlossen und das alles das Wort. Es ist mir egal, wer das war, Casey oder du. Räum es auf. Und zwar schnell, sofort. Ansonsten gibt's gewaltigen Ärger. Aber das war Casey. Mom. Ich hau hier ab. Ihr werdet das alle bereuen. Und mich vermissen, wenn ich weg bin. Oh, wie schön, dass du da bist. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich auch. Tom. Hey. Oh, er ist so süß. Ups. Was machst du hier? Das ist meine kleine Schwester. Schwester? Ich hab dich noch nie gesehen. Oh, aber ich kenn dich. Wir gehen immer zusammen in die Bibliothek. Um sechs Uhr. Und wir, ich meine, du liest... Klasse. Das interessiert ihn nicht. Oh ja, ich geh in die Bibliothek. Aber dich hab ich da noch nicht gesehen. Ich muss etwas tun. Oh, Schatz. Natürlich nicht. Zieh sie dir nur an. Sie ist so ein Streber. Oh nein, warum tut sie das? Wie peinlich. Und sieh mal, was ich habe. Was? Mein Tagebuch. Wo hast du das her? Sie ist in dich verknallt. Nein. Es ist privat. Gib es zurück. Komm und hol es dir. Was machst du da? Das ist nicht okay. Sie ist verrückt. Gehen wir. Oh, ich muss dir was zeigen. Schau mal. Niemand hat mich lieb. John weiß nicht mal, dass ich existiere. Das ist so peinlich. Ich muss von ihr verschwinden. Ich will hier nicht mehr wohnen. Ich brauch Geld. Ich muss mein Sparschwein schlachten. Es tut mir so leid. Oh. So, jetzt werde ich das Haus endlich verlassen. Und niemand macht sich mehr über mich lustig. Oh nein. Oh nein, das reicht nicht. Was mache ich denn jetzt? Moment mal. Ich klaue einfach von Casey. Sie nimmt eh immer mein Geld und gibt es nie zurück. Hier ist nichts, ha? Wozu braucht sie ein Buch? Sie liest nicht mal. Schauen wir mal hier rein. Oh, ich hab's gefunden. Yes. Jetzt kann ich endlich weg und... Oh, was war das? Egal, sie verdient's. Ich nimm meine Sachen und dann bin ich weg. Oh nein, Casey. Immer noch hier? Gehst du mit deinen Freunden spazieren? Oh, Upsi. Wie dumm von mir. Du hast keine Freunde. Was? Das stimmt nicht. Sei nicht so gemein. Das stimmt. Was? Oh. Was hast du mit meinen Sachen gemacht? Was? Wo ist mein Geld? Die Bin. Oh. Nein. Geh sofort zurück. Geh sofort zurück. Geh sofort zurück. Geh sofort zurück. Ist das mein Geld? Aber du hast es von mir. Du wirst es bereit. Mein Geld. Oh, damit wollte ich neue Schuhe kaufen. Raus hier. Ja, toll. Ich wollte sowieso gehen. Echt? Ja. Perfekt. Ich helfe dir. Ich packe deine Sachen. Nein. Das ist alles. Hoffentlich sehe ich dich nie wieder. Oh. Schön. Was mache ich denn jetzt? Wo soll ich hin? Ruby, bist du das? Ruby, was ist denn? Ich bin von zu Hause weggelaufen. Niemand liebt mich. Die hassen mich alle. Das stimmt nicht. Die sind deine Familie. Nicht weinen. Was soll ich denn nun tun? Komm schon. Das wird wieder. Alles wird wieder gut. Ich verspreche es. Ja, stimmt. Ich fühle mich schon viel besser. Sag dich doch. Gehen wir. Nein, ich gehe nicht nach Hause. Was willst du denn tun? Du kannst hier nicht bleiben. Bald wird es schon dunkel. Das ist eine echt gefährliche Gegend. Und dann gibt es da noch die... Ich weiß was. Der Dachboden. Da war jahrelang niemand mehr. Da gehe ich raus. Warte, warte. Ich helfe dir, okay? Nein, ich bin schon groß. Ich schaffe das mit Sicherheit alleine. Kann dich nicht allein lassen. Ich helfe dir. Okay, gehen wir. Wirklich? Danke. Na los, gehen wir. Also ich sehe niemanden. Okay, schnell. Okay, sei leise. Hier müssen wir hoch. Psst. Schnell, bevor wir erwischt werden. Geschafft. Wow, mein Zimmer sieht schlimmer aus. Ah, eine Spinne. Oh, alles in Ordnung. Schon ziemlich staubig. Oh, damit wird es gehen. Ich hoffe, hier gibt es keine Riesenspinnen. Ganz schön viele Spinnenweben. Habt dich. Es macht echt Spaß. Hier macht wohl nie jemand sauber. Ich glaube, das waren alle. Schon viel besser. Nimm sie weg. Sorry, ich hab dich nicht gesehen. Und das hier auch noch. Ist schon okay. Ist das deins? Ja, das ist Spielzeug aus meiner Kindheit. Das ist ja süß. Eine Flasche? Cool, eine Lichterkette. Warte, die können wir benutzen. Halt das mal. Was ist da wohl noch drin? Die hänge ich an die Decke. Wow, cool. Aber guck mal, was ich gefunden habe. Nein, geh das her. Sorry, ich wollte nicht unhilflich sein. Ist doch nicht schlimm. Guck mal, als Kind hatte ich auch eine Zahnspange. Siehst du? Ich sah echt doof aus. Schon süß. Ganz schön kalt hier drin. Ja, ich glaube, wir sollten Decken und Kissen holen. Gute Idee. Komm, wir gehen. Ich helf dir. Leise. Was machst du da? Beweg dich. Ich brauche was zu trinken. Es ist so weit weg. Ruby. Wo ist sie? Ruby. Sie sollte mich nicht ignorieren. Ruby. Na, warte, wenn ich dich kriege. Movements. Ist sie gegangen? Oh, auf gar keinen Fall. Sicherlich versteckt sie sich irgendwo. Das war knapp. Psst. Die Decken sind hier drunter. Ist das dein Zimmer? Konzentrier dich. Nimm das. Okay. Oh nein, ich höre Casey. Oh, verstecken wir uns. Okay. Schnell, hier rein. Ruby. Bist du hier drin? Ruby, wo bist du? Aha, ich weiß. Hier versteckt sie sich normalerweise. Oh, sie ist bestimmt im Kleiderschrank. Oh Gott, er ist so süß. Ich wäre so gern mit ihm zusammen. Ähm, veräppel mich nicht, Ruby. Komm raus. Komm raus, wo immer du bist. Was machen wir jetzt? Verstecken. Ich weiß, dass du hier drin bist. Ich finde dich immer. Hab dich. Holen wir uns Snacks. Lauf. Wer hat das Licht ausgemacht? Hä? Äh. Jetzt hab ich dich. Äh. Äh. Was zum... Wo ist sie? Äh? Äh. Äh. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Äh. Äh. Was ist das? Ruby. Da bist du ja. Du hältst dich für so klug. Dir zeig ich's. Äh. 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 Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Äh. Und das brauche ich auch. Spielen wir, kleine Schwester. Äh. Äh. Ich werde das genießen. Ich hoffe, du bist hungrig, Ruby. Das wird spaßig. Hahaha. Hey. Äh. Das ist für dich. Oh. Mama. Oh. Du bist brüch zu Hause. Was hast du getan? Oh. Casey. Was ist hier los? Bist du verrückt? Was soll das? Oh. Ich verstehe einfach nicht, dass du sowas tun würdest. Die sind mit Streiten beschäftigt. Oh. Casey kriegt richtig Ärger. Gehen wir zurück auf den Dachboden. Oh. Oh. Cases Laptop. Hm. Diesmal bin ich mit Filme gucken dran, Schwesterchen. Hehehe. Oh. Wir haben's geschafft. Puh. Die hätten uns fast erwischt. Dann bauen wir mal alles auf. Ich leg die Decke hier hin. Wow. Sieht echt gemütlich aus. Lust auf den Film? Uh. Oh. Kein Akku? Oh. Ich hätte wirklich Lust auf einen Film. Dann machen wir halt was anderes. Aber was denn? Moment. Hm. Irgendwas muss man doch hier tun können. Hm. Ich weiß. Aus der Schule weiß ich, wie man einen Projektor baut. Echt? Wir brauchen eine Kiste. Ah. Ist nur Kinderspielzeug. Dann schneide ich ein Loch hinein. Okay. Und dann noch die Lupe. Und die kommt genau hier in das Loch. Okay. Gib mir dein Handy. Vertrau mir. Das soll funktionieren? Wow. Das ist echt clever. Gutes Zähne. Oh nein. Mein Magen. Willst du eine Pizza? Ja. Woher wusstest du das? Ich bestell schnell welche. Hallo? Hallo. Ich würde gerne Pizza bestellen. Was für eine? Welche? Nimm Peperoni. Salami. Kein Problem. Super. Bye. Kommt in zehn Minuten. So lange können wir weiterschauen. Wie lustig. Ich glaube, hier ist es. Hallo. Ich habe Ihre Pizza. Wo sind Sie denn? Gehen Sie ein Stück zurück, bitte. Ein bisschen weiter. Jetzt nach links drehen. Nein, hier links. Okay. Weiter nach links. Jetzt nach rechts. Hier lang. Noch weiter nach rechts. Ähm, noch weiter? Stopp. Genau da. Was? Das ist komisch. Bitte sehr. Äh, das macht dann 25. Eich. Wo bleibt mein Geld? Darauf habe ich mich gefreut. Ich mich auch. Hä? Eww. Diese Pizza ist älter als ich. Vielleicht sollten wir die besser nicht essen. Nee, kein Risiko. Aber wir brauchen trotzdem was zu essen. Mama wird mich umbringen. Ich muss sie sofort finden. Ansonsten, was soll ich tun? Denk, Casey, denk. Hä? Ich kann ihre Freunde anrufen. Stopp. Ich kenne ihre Freunde nicht. Um genau zu sein, weiß ich nichts über sie. Das ist schlecht. Extrem schlecht. Beruhig dich, Casey. Du musst verstehen, wo Ruby hingehen würde. Denk wie Ruby. Wenn ich ein Streber wäre, wo würde ich hingehen? Oh, die Bibliothek. Natürlich. Ich muss da anrufen. Ich hoffe, sie ist da. Ich hätte früher dran denken sollen. Hallo. Hallo. Können Sie mir bitte helfen? Ich suche nach meiner kleinen Schwester. Wer? Meine kleine Schwester. Wer? Esther? Esther? Meine kleine Schwester. Tut mir leid. Das Buch haben wir nicht. Was? Kann sie mir helfen? Kleines, es ist 5 Uhr. Ich muss nach Hause. Tschüss. Und darum gehe ich nicht in Bibliotheken. Was ist das? Ihre liebste Pizzeria. Sie ist bestimmt hungrig. Da finde ich sie. Hallo. Können Sie mir bitte helfen? Wir haben gerade eine Rabattaktion. Cool. Ich könnte eine Pizza gebrauchen. Zwei Salami-Pizzen bitte. Ähm. Mit extra Käse. Aber ich muss Ruby finden. Warum machst du mir immer Probleme? Du bist so nervig. Au. Mein Fuß. Casey, was ist hier los? Oh mein Gott. Ich muss was tun. Ich weiß. Ich verstecke die Teddys unter der Decke. Der Vertrag ist morgen fertig. Ja, danke sehr. Casey, was ist hier los? Wo kommt der Krach her? Mama, alles gut. Ruby schläft. Träum süß, Schwester. Ah, sie schläft? Ah, um diese Uhrzeit? Und ihre Hausaufgaben? Ruby. Äh. Äh. Aber Mama, sie ist so müde. Sie braucht ihren Schönheitsschlaf. Du hast sie doch gesehen. Es ist ein Meeting schon wieder. Oh ja, einen Moment bitte. Casey, pass auf sie auf. Ich muss los. Ja, klar. Oh. Das war knapp. Hast du noch Hunger? Ja. Hey, findest du das? Mädels, das Abendessen ist fast fertig. Oh, Abendessen. Ich gehe runter und versuche es zu holen. Nein, ich gehe. Ich nehme die Schuld auf uns, wenn sie uns finden. Oh, mein Held. Er ist so mega. Ja, alles ist geklärt. Einen Moment. Mädels, kommt zum Essen. Mhm. Ja. Das war's. Mama wird rausfinden, dass Ruby weg ist. Was mache ich nur? Ich rufe Tom an. Ich rufe Tom an. Ich rufe Tom an. Ich rufe Tom an. Oh, ich rufe Tom an. Oh, ich rufe Tom an. Oh, mein Telefon. Oh, das ist Casey. Oh. Was? Ich bin mir sicher, ein Handy gehört zu haben. Wie merkwürdig. Casey, was machst du da unten? Äh, äh, nicht. Wo ist Ruby? Oh, wo ist der Teller? Äh, äh, naja. Vielleicht ist sie, ähm, ich glaube sie, äh. Äh, äh, sie will wieder im Zimmer essen. Schon wieder. Äh, Teenager. Äh, ja, genau. Wo ist der Teller hin? Und warum geht Tom nicht ans Handy? Das ging nochmal gut. Ich muss für Tom gut aussehen. Ist irgendwie wie unser erstes Date. Oh, er kommt. Oh. Zeit zum Essen. Äh, äh, danke. Weißt du, ich muss dir was sagen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich auch. Ähm, also die Sache ist, naja, also... Sag es einfach. Okay. Ähm, das solltest du sehen. Oh Gott, wie peinlich. Jetzt besser? Völlig verrückte Situation. Oh. Es ist Casey. Geh nicht ran. Ich muss rangehen. Hi, Casey. Tom, ich hab dich angerufen. Warum bist du nicht rangegangen? Äh, sorry, ich war beschäftigt. Äh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine kleine Schwester ist weg. Äh, echt jetzt? Äh. Sag ihm nichts. Ach, was ist los? Wer ist bei dir? Hier ist niemand. Siehst du? Ich bin allein. Sorry, ich bin einfach so verwirrt. Ach, Babe, ich muss los. Das tut mir alles echt leid. Ich ruf später nochmal an, okay? Oh, danke, Tom. Ich überlege mir was, was ich Mama sagen kann. Ich liebe dich. Bis dann. Danke, danke, dass du mich nicht verraten hast. Du hast mich gerettet. Oh, sorry. Tschüss. Ich hab einen Plan. Ich hoffe, er klappt. Ich stelle den hier hin. Jetzt nur noch anmachen. Das sollte gehen. Ja, in Ordnung. Ich rufe zurück. Ja. Ist Ruby da drin? Ja, ist sie. Sie singt? Oh, wusste ich gar nicht. Na, 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 na. Casey, was ist das? Das war, äh, Rubys schlechter Gesang. Hm, schlechter Gesang? Wirklich? Hm. Hm. Okay, ich hab eigentlich gar keine Zeit hierfür. Schick sie einfach zum Gesangsunterricht, okay? Aha. Ah. Okay. Glück gehabt. Ich kann nicht glauben, dass das geklappt hat. Hm, ich liebe Mams Nudeln. Deine Mutter kann kochen. Kann ich den ganzen Tag essen. Die sind so lecker. Das ist... Genau wie im... Oh, nein. Mein Shirt. Tut mir so leid. Ach, nicht so schlimm. Echt nicht, alles gut. Warte, ich suche nach was. Hey, kein Problem. Ist okay, wirklich. Hier muss doch irgendwas sein. Aha. Zieh das an. Das ist mein Lieblingskindheits-T-Shirt. Wow, das ist echt süß. Ja. Was machst du da? Zieht er etwa jetzt hier seine Kleidung aus? Oh mein Gott. Hoffentlich funktioniert das. Ich hab sie in der ganzen Stadt aufgehängt. Wo bist du, Ruby? Hey, sie. Haben Sie meine kleine Schwester gesehen? Können Sie mir helfen? Ich hab alles versucht. Das ist meine letzte Hoffnung. Die Türklingel. Wer ist das? Ruby? Wir haben das verschwundene Mädchen gefunden. Geh rein. Hi. Aber das ist sie nicht. Ist sie nicht? Sieht doch genau wie auf dem Bild aus. Mama? Danke, aber sie ist es nicht. Sie ist ihre Schwester. Und kommen Sie nicht zurück. Okay, danke. Casey, was ist wieder los? Wer war das und was soll der Lärm? Es war eine Freundin. Ich gehe mit ihr spazieren. Ich bin später zurück. Sag mir sofort, was hier los ist oder du hast eine Woche Handyverbot. Wow, das ist hart. Äh, also Mama, die Sache ist... Hä? Was ist das? Ruby? Meine kleine Schwester wird vermisst? Was soll das heißen? Was ist mit Ruby? Wo ist mein kleines Mädchen? Sag's mir! Das ist ein Scherz, oder? Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Mama, es tut mir so leid. Das ist alles meine Schuld. Ruby wird wegen mir vermisst. Ruby ist verschwunden. Das kann nicht sein. Casey, warte. Hast du sie angerufen? Auf ihrem Handy? Sie geht nicht ran. Oh, wo würde sie denn hingehen? Ich rufe sie an. Bei mir wird sie rangehen. Ich bin ihre Mutter. Mama, es tut mir so leid. Wirklich. Viel besser. Hey, ich bin fertig. Schau mal. Oh, wow. Das sieht voll cool an dir aus. Einhörner sind meine Lieblingsbiere. Oh, Moment, das musst du sehen. Ich habe ein Tagebuch mit Einhörnern drauf. Schön. Oh, ich wollte mich für dieses Bild entschuldigen. Und es hat nichts bedeutet. Es war nur ein Foto. Oh, nein, 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 nein. Alles okay. Es ist okay, wirklich. Ich weiß, dass das, was Casey getan hat, falsch war. Ich hätte nie gedacht, dass sie zu sowas fähig ist. Die Zeit mit dir bedeutet mir viel. Danke dafür. Ich bin derjenige, der dir danken muss. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ja, es hat echt viel Spaß gemacht. Vielleicht können wir das öfter machen. Mhm. Das wäre schön. Finde ich auch. Oh, mein Handy. Hä? Es ist Mom. Warte, warte, drück sie nicht weg. Mach's nicht. Ruby, warum hast du das getan? Aber das war doch nur meine Mom. Ja, genau. Sie ist besorgt. Sie macht sich gerade echt viele Sorgen um dich. Niemand in diesem Haus macht sich Sorgen gegen dir. Das stimmt nicht. Deine Familie liebt dich. Du musst mit denen reden. Das macht sowieso keinen Unterschied. Doch, doch. Vertrau mir. Gehen wir. Sprich mit ihnen. Alles wird gut. Das wird mir nicht helfen. Ich bin ja bei dir. Ich helfe dir. Keine Sorge. Okay, ich tue es für dich. Dann gehen wir. Gehen wir. Oh, Ruby, geh bitte ran. Ich rufe nochmal an. Es tut mir leid, Mama. Es ist alles meine Schuld. Oh, bitte, bitte geh ran. Wo bist du? Okay, los geht's. Mom, ich bin hier. Oh, Ruby. Du bist zu Hause, komm her. Wo warst du? Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Komm, ist okay. Sag's mir. Was machst du hier? Wollt ihr zusammen? Ich wollte Ruby noch helfen. Was ist das? Das ist eine Leih-Story. Ist das Ruby's T-Shirt? Du erklärst mir das besser. Warum bist du nicht ans Handy gegangen? Wo waren wir beide? Hast du Hunger? Lust auf deine Lieblingspfannkuchen? Und ich mach sie sofort. Ja, 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 gerne. Oh, Moment. Oh, das ist mein Chef. Okay, versteh schon. Weißt du was? Heute nicht. Er kann auch mal warten. Also Pfannkuchen, gehen wir. Ich mach dir welche. Scheinbar bin ich ihnen doch nicht egal. Aber ich will, dass ich Tom was bedeute. Hä? Was ist das? Ich kann immer an deiner Seite sein, wenn du das willst. Tom. Ich bedeute ihm was. Oh, ich hoffe, wir kommen zusammen. Das wäre so toll. Alles ist perfekt. Okay, gut. Das ist perfekt. Oh, wo ist mein Küssen? Ich krieg dich. Lexis Kleidung, bitte nicht anfassen. Okay, hier. Zieh meine Sachen aus. Pizza! Pizza! Ich bekomme zuerst die Pizza. Ich krieg die Pizza zuerst. Hier ist eure Pizza. Das ist meine Pizza. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich kann dich nicht aushalten. Warum lachst du so? Angeleckt von Lexi. Oh nein! Oah. Okay. Das war ein wichtiges Spiel. Das ist meins. Oh. Ich weiß, was ich tun muss. Das ist was! Warum hast du mein Kleid an? Oh, nein! Na schön, nimm sie! Liebes Tagebuch. Lexis Tagebuch. Ich hab' einen neuen Stift und eine Banane. Hä? 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 Oh, entsperrt! Wie das? Guck dir nicht meine Bilder an! Hä? Scott, diese Bilder, die muss ich unbedingt Mom schicken! Okay, du kannst es wieder haben! Hä? Hä? Sicher! Nimm es! Hä? 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 Lachsi! Komm schon! Das Leben in einem einfachen Ausschnitt? Bringen wir es zur Sprache. Ich denke... Wo ist meine Brille? Autsch! Was war das? Hä? Danke! Geh zurück auf deine Seite! Hallo! Ekelig! Bleib auf deiner Seite! Das war scharf! Ich habe so einen Hunger! Scott! Gibst du mir was zu essen? Nein! Okay! Ausnahmsweise! Ab mit dir! Und Cola auch? Und Cola auch? Scott! Ich kann jetzt meine Klamotten stinken! Wie geht das? Was? Es ist pink! Lachsi! Ich brauche deine Hilfe! Ich kann nicht. Komm rein. Danke. Lust auf ne Kissen schlaft? Los geht's. Was ist denn hier los? Hi. Ihr habt Hausarrest. Ups. So, bevor ich gehe, hier sind die Regeln. Keine Süßigkeiten, keine Videospiele. Nicht in Mamas Zimmer gehen. Ähm, okay. Tschüsselchen. Bye. Hallo. Okay, auf jeden Fall. Ich dachte so und dann wollte ich so Sachen wie... Ska! 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 I am Woman, I am Fearless, I am... Das war ich! Haus hier! Und etwas einwirkeln. Oh, oh. Oh, oh. Sky! Tja, habt schon auf TikTok hochgeladen. Lass uns spielen. Willst du Versteckung spielen? Ja. Eins, zwei, fünf, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Komm raus, wo immer du bist. Gefunden. Oh, er ist hier. Das wird immer komischer. Na endlich. Du hast Angst vor Hagiwagi, nicht wahr? Ah, bin eingeschlafen. Oh nein, wo ist er hin? Wo kann dieser Junge nur sein? Vorsichtig, vorsichtig. Was ist hier los? Ah, reingelegt. Geh schlafen. Oh nein. Oh nein. Meine Tricks sind einfach perfekt. Hey. Oh nein. 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 Moment mal. Ein Keks? Oh, Scott, du steckst in Schwierigkeiten. Sie erwischt mich niemals. Das ist so gut, es könnte nicht besser sein. Ja, natürlich. Ja, okay, bye. Schokolade? Scott! Na, hi, wie geht's dir? Ja, weißt du, ist schon voll spät. Hallo, du. Willst du mich heiraten? Aber natürlich. Sei leise. Schon okay. Hey, guck mal, mein Arsch. Ein Stinky? Sorry. Was ist das hinter dir? Was tut mir? Tut mir so leid. Warum immer ich? Oh mein Gott, Barbie, ich bin so froh, dich hier zu sehen. Ihr zwei seid so ein hübsches Paar. Mona? Mona? Ich wollte hier spielen. Raus aus dem Wohnzimmer. Hey. Du spielst mit Puppen? Hey, hör auf. Keine Puppen im Wohnzimmer. Nicht weinen, Süße. Ich wünschte, ich hätte mein eigenes Zimmer. Merge deinen Wunsch in Erfüllung gehen. Was ist denn jetzt los? Huh? Oh, das ist so cool. Huh? Was ist das denn? Makeover zum kleinen Preis? Oh, ich kann mein eigenes Zimmer einrichten. Mal sehen, hier sind jede Menge Farben. Yay. Ich wollte schon immer die Wände streichen, aber Mama hat es mir erlaubt. Egal, das ist nun mein eigenes Zimmer. Ich werde so viel mit den Händen malen, wie ich will. Nur noch ein paar mehr Farben, damit es schön bunt wird. Endlich Freiheit. Ah, ich bin so eine tolle Künstlerin. Hm, sieht gut aus, aber irgendwas fehlt noch. Her mit euch. Du kommst hier hin und das Poster hier hin. Noch ein bisschen bunte Deko. Ah, ich liebe es. Ah, aha. Und nun male ich immer diese Buchstaben. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Und fertig, das ist mein persönlicher Vergnügungspack. Wow, so cool. Ist mein Zimmer nicht wunderschön? Und viel besser als das von Steve. Ui, ich bin so glücklich. Hä, kommt das da raus? Steve ist ein Loser. Steve ist ein... Hm, was ist denn da los? Oh Mist, er kommt. Moment mal, ich bin doch hier ganz alleine. Weg mit diesen leeren Kisten. Na, hallo du Möhe. Ein Malzugang in meinem Park. Warte, was? Was? Nein! Lasst uns spielen. Du bist so ein Lug. Warte. Nein, nein. Autsch. Nein, 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 nein. Ah! Hab gewonnen. Nicht gegen mich. Dir werde ich's zeigen. Du findest also meine Schleuder zu klein? Nimm das. Ich gebe auf. Leg dich niemals mit mir an. Oh, Ballons. Oh, ich liebe Ballons. Ich will noch mehr davon. Hey, was, wenn ich sie so aneinander befestige? Und nun benutze ich einen Föhn. Das wird eine richtige Show. Wow! Das ist wie ein kleines Riesenrad. Oh, mein Kopf. Oh, was ist das denn? Oh, ein Rad. Hm, das bringt mich auf eine Idee. Egal, Zufallszauber. Los! Wow, voll hypnotisierend. Testen wir mein Glück, Huggy Wuggy. Los, Luna. Juhu, es dreht sich. Yes, yes, yes. Los, los, los. Bitte, bitte, bitte. Yes, ich habe ein Bonbon. Warte, was? Scharfe Peperoni? Oh, nein. Die musst du jetzt essen. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Nein, nein, nein. Rette mich, heiliges Wasser. Immer noch zu scharf. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Moment mal. Ich bin in Barbies Haus. Das ist nur Schokolade. Und was ist das? Warte, das ist ein Gadget. Ein aufblasbares Schwimmbecken. Oh. Hm, du denkst, du kannst mich aufhalten? Ich baue einfach meinen eigenen Wasserpark. Hm, mal sehen. Ich habe eine Idee. Oh, ich nehme die beiden und befestige sie so aneinander. Aha, perfekt. Geschafft. Ich will auch einen schönen Spiegel haben. Aber das ist nicht nur ein Spiegel. Er hat auch noch coole Lichter. Wow. Oh, weg mit euch, ihr leeren Kisten. Ich brauche das. Ich will mehr Deko in meinem Zimmer. Also male ich noch was richtig Cooles. Und streiche es rosa. So hübsch. Fertig. Und ich entferne noch die überschüssigen Teile. Und hier ist mein cooler Flamingo. Und der letzte Schliff. Er ist so süß und flauschig. Ich hänge ihn mal an die Wand. Toll. Was? Hm, ich habe keine Angst vor Spinnen. Mach dich bereit auf deine Zerstörung. Ha. Nimm das. Schön raus mit dir, Spinnchen. Ein Kinderspiel. Rock'n'Roll. Ew, was ist das denn? Äh, Steve mag sowas. Bäh. Das ändere ich sofort. Verabschiede dich von deinem Lieblingsposter, Steve. Oh, fertig. Schau sich das einer an. Was für eine wunderschöne Gelande. Mein Zimmer ist großartig. Ich liebe es hier. Hä? Oh nein. Ich brauche was zu essen. Oh, ein Apfel. Ha? Oh, der ist aus Plastik. Oh. Hm, ich such mal weiter. Hm, irgendwo muss doch was zu essen sein. Hm, und was haben wir hier? Das ist mein Glückstag. Aha. Wow. Wow. Sag mir nicht, dass das auch Plastik ist. Äh, es ist einfach alles aus Plastik. Ich muss hier weg. Lass mich raus, Witze, Witze. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Hilfe. Hilfe. Du willst kämpfen? Na dann los. Hä? Oh. 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 Ich muss hier raus. Hä? Äh, äh. Dafür musste ich einfach nur rülpsen? Hm, alles klar. Hm. Oh, und hier ist mein lieber Bruder. Aha. Hm, ich will einen Muffin. Klar, Steve. Lass dir Zeit. Ach, nicht das. Wo ist das? Ah. Oh, ja. Hehehe. Hm. Hm. Was? Wo ist mein Sandwich? Ach, verdammt. Wenigstens hab ich meine Muffins. Okay. Haha, dieser Idiot, der kann mich echt nicht sehen. Okay. Hm. Schon wieder? Warum passiert das? Ah. Hm. Das ist komisch. Das letzte. Bleib da. Ha. Hm. Das letzte Sandwich. Endlich hab ich was zu essen. Okay, jetzt. Ah. Nein. Oh, er ist im Haltmodus. Ich versteck mich besser, bevor er mich bemerkt. Oh, er kommt. Wo bist du, Luna? Ich weiß, dass du hier bist. Oh, ihr Schloss. Blödes Ding. Ja. Ja, nimm das. Oh, nein. Steve wurde ins Schloss gesaugt. Ich muss nachsehen. Was ist das denn? Oh, nein. Hat Steve ein Zimmer für sich selbst eingerichtet? Das sieht furchtbar aus. Steves Spielplatz. Steves Spielplatz? Hey, Schösterherz. Wie gefällt es dir hier? Ich krieg dich schon noch. Wow. Komm zurück sofort. Warte, ich bin hinter dir her. Oh, stimmt. Bleib, wo du bist. Habe ich dich. Warte. Komm zurück. Wo bist du? Steve. Warte. Wo ist sie? Hey. Sie wird mich nie. Ich bin echt müde. Ich auch. Es gibt ja genügend Platz für uns beide. Ja, finde ich auch. Lass uns Freunde sein. Yeah. Ich bin echt müde. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.